Hallo Top Guys! Kommt zur Sega Mega Twice Ultimate Collection. Part 31. Was? Der Titel ist dann noch am Leben. Dafür haben wir St. James Claire gemacht. Sind schon durch. The Points. Nice. War ja nice. Ok, das sag ich jetzt mein Nischtier. Das ist Englisch. Das ist gut für diese Englisch. Leute da unten. Ok. Dammit. Ok. Ok. Ohm. Das ist ein Art. Leidende Minderung, aber man braucht die Musiker. Kreischen der Orden. Es ist egal. Kammer, A. Kammer einen Top rein! Geht doch. Okay. Okay. Ha! Fah! 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 Okay, ich muss irgendwie das Känguru in die Uhr lassen. Ich muss auf den nicht konzentrieren. Come on, boo! Come on! Come on! Look! Hey, cool! Guten Morgen! Wollte Tia Ich muss auf die Tufel aus. Come on! Fuck, Kai! Hey, bitches! What is this? Hey, I'm off. What the fuck? Hey, Paul! Energy! No money! Energy, man! Come on! Hm! Wow! Nice move! Do! Okay! Okay. Okay. Alright. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, my God. Oh. Oh, damn it. Oh. Oh, what the fuck? Come on, bitches. Let's do it. Let's save here. Oh, God. Oh, damn it. Oh, no one lives. Come on. Come on, top guy. Oh, my God. Oh, my Lord. Ah. Come on. Cool. Wah. Heh. Nice. Very nice. Oh, damn it. Come on. Come on. Yes. Yes. Ha. Ah. auch auch damit und erläutern das war es für den Sega Mega Drive Ultimate Collection. Ich habe ja hier eine Topie erhalten. Wir sehen uns wieder. Bye.